schon wieder fest und vergessen herzlich willkommen zu einem neuen video und hallo und heute wollten wir wieder ich habe ich bock mit euch wieder fahrzeuge zu testen 3 und wir starten als erstes der jahre mir wie bei auch ok 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 hat er hat den sektor gesehen dabei 600 meter von dem jetzt mal drauf nee kein bock auf werbung letztlich haben wir das hier und dieses ding hier we 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 wir haben ich habe wir haben eine rechte dreh drehwurm frei ich gehe jetzt mal denn es ist da eigentlich nicht die werbung danke so dann die eisphäule meine lieblings map wegen dem hier ja 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 das so war ich mir aber ich möchte ja noch mal von vorne ja 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 Versuch Nr. 3. Alle Dinge sind halt drei. Ja. Ja. So, jetzt haben wir ein Vernünft. Das habe ich schon verloren. Also ich, als ich, als ich den Wagen das erste Mal getestet habe, äh, ja. Diese, wenn diese Eisdinger da brechen, das Gefühl, wenn mein Männchen hier stirbt, jetzt ist er auch gestorben. Komm, sogar Level 2 geschafft, Levelbonus. Oh, mein Gott, der tog. Verbe ehrlich. An Internet-A-Dars-Bad. Gogo Gagowie Achtung Gagowie Gagowie Wird euch nicht, wenn ich meistens immer von der Kamera weg schaue Weil ich mache ja mit meiner Tappet-Kamera und die ist meistens ganz links vom Bildschirm Und die muss ja laufen, also ganz links von meinem Tappet Und dann muss ich halt immer nach rechts schauen, um da überhaupt zu sehen können Wenn ich jetzt so in die Kamera sehe ich ansatzweise was vom Bildschirm Weil ich mich halt mehr auf die Kamera fixiere Deswegen Kagaowie Egal, ich verkack jetzt Guck in mir Das Dach bei diesem Passagier Darin geht nur kaputt, wenn bei mir das Ding kaputt geht Hä? Ach, ein wenig juckt Wahrscheinlich machen wir eh wieder sechs Fahrzeuge, aber egal Kann man rückwärts fahren? Kann man rückwärts fahren? Guck in mir Ich habe mich noch auf die Kamera gebaut Oh Kargoi Guck in mir Guck in mir Guck in mir jetzt sehen wir ja nichts wegen freischalten jetzt so dein geld jetzt seht ihr so dein geld ist nun alle so kago kago kein internet finger soft finger soft und haben wir den jahren so 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 dieses video kommt übermorgen um 13 uhr raus wenn ihr das seht habe ich das video schon länger ok leute das war es mit diesem video ciao so 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 so